Was klotzt ihr denn? Ihr seid doch nur ein Haufen abgefuckte Arschlöcher. Wollt ihr wissen wieso? Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewichter. Und? Was seid ihr denn dadurch? Gut? Ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt und wie ihr leben könnt. Aber ich, ich hab so eine Probleme nicht. Denn ich sag immer die Wahrheit. Und da bin ich lüge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao. Also, verabschiedet euch von dem Bösewicht. Macht schon! Es ist das letzte Mal, dass ihr einen so miesen Kerl seht wie diesen, das sag ich euch. Weg hier! Sein Shop kommt überall durch. Gebt mir lieber aus dem Weg. Macht Platz für den Bösewicht. Steine nicht die Steine. Dann noch einmal準備beweшь oder die Steine. Kupfer kommt am Start zu gehen. Sein Shop ist mentality varios hier. Ho Где und 0, auf desertスpate ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.